moin leute ich bin's wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie die deadpool woche 7 challenge lösen könnt indem ihr deadpools pistolen findet es kann sein leute so wie bei mir jetzt wenn du jetzt im spinn gehst bei deadpool im raum gehst im computer dass euch die woche 7 herausforderung nicht angezeigt wird bei mir wird zum beispiel jetzt auch nicht angezeigt das ist ein problem wo er grad am arbeiten ist naja aber ich zeige euch das mal trotzdem ich blende euch dann die bilder ein die erste pistole wird genau hier unter diesem tisch sein leute das blende ich euch noch mal ein und wenn ihr diese pistole hat ist die zweite pistole hier geht ihr auf agenten dann geht ihr auf den kater dort durch großen so und die zweite pistole ist hier bei den hanteln leute das blende ich euch auch noch mal ein sorry dass ich euch das nicht anders zeigen konnte weil bei mir bug das ich konnte euch das jetzt nur ein blenden weil die pistolen bei mir selbst nicht sind aber ich hoffe euch hat das video gefallen und ich konnte euch damit weiterhelfen ansonsten sehen wir uns im nächsten video leute ciao